Servus, Grüezi und Hallo zu einer weiteren Folge Schuckibarocki Daily! Eure geballte Ladung Angeberwissen. Mit bei mir im Studio ist Sascha und ich bin Pujan und heute am 21. August hat eine berühmte Berühmtheit Geburtstag. Wer ist denn das? Robert Lewandowski. Kennen wir alle den Fußballer? Ach was? Robert Lewandowski, eine Milliarde Tore schon geschossen. Ist das nicht der, der innerhalb eines Spiels fünf Tore reingeballert hat? Fünf Tore reingeballert innerhalb von, glaube ich, neun Minuten gegen Wolfsburg. Das ging bam, 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 bam! Ja, so ungefähr ging das, ja. Aber der ist als Auswechselspieler reingekommen und hat innerhalb von neun Minuten diese fünf Tore geschossen. War schon nicht schlecht, sagen wir mal so. Können wir mal machen. Was weißt du nur über den Robert? Ja, Robert Lewandowski, der ist Stürmer. Seit 2014 war er bei Bayern und ist polnischer Nationalmannschaft auch Stürmer. Und ist eigentlich das Star in der polnischen Nationalmannschaft. Aber ansonsten haben sie halt wenig Material und deswegen können die Polen nicht viel reißen. Die Polen haben doch auch irgendwann mal diesen Streit angefangen von wegen, hier Lukas Podolski, eigentlich Pole, der muss zu uns und weg von den Deutschen. Warum spielt er bei den Deutschen mit? Und so weiter und so fort. Haben die den Streit angefangen? Ja, ja, ja. Also zumindest die polnische Presse. Ich wollte gerade sagen, das ging durch die Presse, aber das hat ja keinen interessiert, weil der Lukas Podolski immer... Kölsch Jung? Kölsch Jung war. So sieht's aus. Käse, was du da erzählst. Und hat Käse mit Musik. Ja. Apropos Kölsch, was gibt's da noch? Was gibt's da noch zu futtern so zum Besäufnis, zum guten Kölsch? Gehört auch? Halve Hahn. Achso. Halve Hahn. Was ist Halve Hahn? Einige von euch könnten sich denken, ein halver Hahn, das ist ein halbes Hähnchen oder so, aber das ist nicht so, ne? Nee. Das ist ein halbes Brötchen. Genau. Und warum heißt das so? Weil die damals im vollen Suff hingegangen sind zum Wirt und gesagt haben, können wir mal ein halver Hahn? Also ein halbes Brötchen, eine halbe Stulle haben. Und deshalb halver Hahn. So, wisst ihr wieder Bescheid. Was ist noch passiert am 28., am 21., am 25., am 21. August? Was ist da noch passiert? Ja, was ist da noch passiert? Ich zeig's euch. Sebastian Vettel war, war der da schon mit dabei? Nee, ich glaub, das war noch Schumacher, ne? Ich weiß noch nicht, was du sagen willst. Den wir hier sehen. Ähm, erstes Formel-1-Rennen in der Türkei. Achso, Sebastian Vettels erstes Formel-1-Rennen. Nein, das hat mit Sebastian Vettel nichts zu tun. Ich glaub, das war damals noch Michael Schumacher, der für Ferrari gefahren ist. Aber schau mal hier, das ist ein neueres Modell von Auto. Die haben diesen Bügel. Also das ist nicht passiert am 21. August 2005. Da hat jemand wohl das falsche Bild rausgesucht. Ja, das falsche Bild. Ist das peinlich, wenn so was ist. Ja, aber richtig peinlich. Aber eigentlich geht's ja um den Fakt. Apropos Fakt. Fakt mich nicht ab. Weiter geht's. 2005, ebenfalls an diesem Tag, als das erste Formel-1-Rennen in der Türkei stattgefunden hat. Achso mal hier. Lind Eastwood. Nee, nicht Lind Eastwood, sondern El Pacino. El Pacino. Nee. Papst Benedikt der 16. Ja. Der war in Köln und feierte vor 1,2 Millionen Menschen seine Messe. Was war denn das für eine Messe? War das eine Ausstellermesse? War das eine Spielwarenmesse? Die haben dann so, so Messen haben die so. Ach, haben wir angefangen zu messen, oder? Ja, wir haben angefangen zu messen dann. Okay, und das hat er gefeiert. Wie hat er das gefeiert? Also wohl kaum, wie wir feiern würden mit Koks und Nutten. Wie feiert denn so ein Papst, sag mal? Auch so, aber er ist in der verschlossenen Tür. Wir machen das halt öffentlich und der macht das halt in der verschlossenen Türkei. Ich glaube, der lässt einfach mal eine Runde obladen und ein bisschen Messweine. Ey, komm, obladen, alles, was ich habe. Komm, 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 komm. Hau weg den Zeug. Hier, der Leib Jesu. Äh, Leibniz Jesu. Leibniz Jesu. Was ist noch passiert am 21. August 1959? Das bisherige Territorium Hawaii. 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 Ja. Wird 50. Als der Bundesstaat der USA. Hawaii. Ey, für der 50. Und die Hawaiianer haben was mit den Bayern gemeinsam. Der Bayer sagt Servus zur Begrüßung und zum Abschied und die Hawaiianer sagen Aloha zur Begrüßung und zum Abschied. So. Da soll nochmal jemand sagen, die beiden nix gemeinsam, also diese Völker. Ja. Und Hawaiianer. Aber es ist schön, dass du uns da irgendwie jetzt mal aufgeklärst, was Hawaii und Bayern miteinander gemacht haben. Ja. Freistaut Bayern. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn du da bist. Lügt doch denn so. Das dauert zum Glück noch ein bisschen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.